Da bist du wieder? Wir gehen erstmal pennen. Oh, Rocky kommt auch. Nice. Oh, hei. Ich streichle ihn nochmal. Du kannst ja schonmal pennen und dann lege ich mich jetzt auf alle Fälle dazu. Ja, da sind wir wieder. Er war nur trinken holen und der war... Ja, wir kennen ihn. Ich hab nachher verhalten, okay. Nice. Also, in-game hier in der Post. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Zwei Suppen. Rohwarn. Keine Zeit für Förmlichkeit. Ich brauch dringend eine Hilfe. Beispägen einige Gäste im Gastvorschein, die bei ihrer Ankunft einfach essen wollen. Aber ich hab ihn nicht vorbereitet. Könntest du vorbeikommen und mir helfen? Okay. Okay. Rohwarn. Ich quatsche hier einmal alle Idioten an hier. Mach das. Ich verkauf der bei dem Frosch. Aber ich... Hi, Fifi. Zizile. Und Frosch springt nicht viel, aber besser als nichts. Zizile. Ja, weit. Okay. Haben wir überhaupt Zizile im Leben... Warte, ich quatsch mal in Bürgerbeister. Bürgerbeister, ja. Bürgermeister. Dann letztens hat uns ein ausländischer Delegierter besucht. Okay. Einer von diesen Kaktus... Delegierter, sagt der Bürgermeister, hat uns besucht. Ein ausländischer Delegierter. Einer von diesem Kaktusvolk aus dem wärmeren... Kaktusvolk? Okay. Das hat ziemlich... Kaktusvolk, ja. Das hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Okay. Hast du noch irgendwas zum Erzählen? Ich hab mir in meiner Freizeit mal ein bisschen unsere Gesetze durchgelesen. Na, super. Wusstest du, dass in all unseren Scheunen ein Stapel leerer Kisten... Nein! Einige der anderen Satzungen und sogar noch komischer... Okay. Äh, ist er... Okay, das kann ich dir leider nicht besorgen. Was denn? Achso, du quatschst mit Alitzer. Jedes herstellt Oskar einen neuen Antrag. Die Blütenfall wieder ins Leben schufen. Ich geb dir mal was. Nebenbei. Ich hoffe, du siehst das unten links. Ja. So, 20. Sommer. Gefühlt nach... Ja. Wo ist Ella? Ella ist da. Ella endlich. Warte, was? Ella Schelladi, Bella. Ich hab ein Ei gefunden. Hebe ein... Jetzt hab ich erst den Erfolg bekommen. Hebe ein Ei auf. Ich hab doch schon mehrere Eier hochgehoben. Äh, warte. Was? Was soll mir kommen? Das hört sich vom Kontext falsch an, wenn man mehrere Eier aufhebt. Ähm. Ähm. Zwei... Können wir zwei Suppen machen, Patrick? Äh, Suppen... Zwei Suppen. Mit mehr genug. Tomatensuppenfüll. Ich weiß nicht, aber nicht... Jede Art von Suppe... Recht. Recht, meine ich. Okay. Jede Art von Suppe. Ich hack mal. Sind das genug Tomaten? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Gehackte Tomate, Milch... Zwei. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich glaub, wir brauchen noch eine Tomate. Äh, aha. Was war mit einer Tomate? Äh, kannst du mir bei Live bitte eine kaufen, weil ich hab nicht genug Tomaten, weil dann könnte ich dir noch eine Suppe erstellen, sonst reicht das nur für eine. Tomatensuppe ist eins. Und eine brauche ich dir noch. Dann musst du dir eine Tomate kaufen. Bei Live war das, ne? Oh, will ich das wissen? Ich glaub Live. Ich hol schnell eine. Ich hab ja sowieso noch genug Money. Ich hab auch Money bekommen. Für keine Ahnung, was. Mehr hab ich auch nicht bekommen. Live. Hab nur Money. Hast du Tomaten, ganz schnell. Oh, sogar günst... Ja, komm, wenn die so günstig sind. Oh, ich mach' ein paar mehr. Ähm. Ja. Das Spiel ist so verpackt, die Türen öffnen sich nicht mehr. Oh nein. Aber du kannst rein und raus gehen? Ja. Okay, strange. Wirklich strange? Live ist strange. Warte mal. Live ist strange. Also, wenn man das auf YouTube sehen sollte, was ich jetzt nicht glaube von den Entwicklern oder so. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Wenn das wirklich so krass verpackt wird. Äh. Miss Katze. Wieder hättest du bei der Angst, oder? Lavi, du bist... Manchmal bist du blöd, ne? Live, ich guck jetzt mal mal selber bei Live. Ich hab die Tomaten schon, aber ich wollte gerade nicht die gehackte Tomate, sondern die komplette Tomate und das wäre Blödsinn. Also, die zweite Suppe ist gleich fertig. Dann kann ich dir das geben. So, zweite Suppe ist fertig. Ich lass die Tomate jetzt erstmal da stehen. Ich glaub, die werden wir noch mehrmals vermuten. Da bist du. Hi, 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 hi. Hi, 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 hier, hier. Ich glaub, auf den Zaun liegt neu. Ich hab wo, welchen Zaun, äh, ähm. Ich geh mal den Zaun entlang. Ah, okay, danke. Nun mach ich gleich die gekochten Eier mit, wunderbar. Da muss ich zu den Tieren ganz schnell. Jegliche Art von Suppen war ja egal, das ist ja schon mal das Gute. Bei Tomatensuppen kann ich ja herstellen, das andere... ...weiß ich noch nicht. Äh, Roven... Roven, Roven, Roven... Ähm, okay, ich geh raus. Wieso raus? Wat? Gehen, Roven, in ein Haus, alle klar. Lol. Oh, ist das reif? Reif ist reif? Hab tausend Blüten... ... ... ... ... ... ... ... ... Wer die Gäste gewinnt, na, live und fahren, Fan, okay? Der find ich live hier, okay? Nee. Boah, das Wasser hat genau... Großmarie. Wasser? Äh, ich geh mal, ihr könnt eure Privatfehler haben. Auf Wiedersehen. Hahaha. Ich füll jetzt mal Wasser auf hier, und dann, ja. Ich hab jetzt 4700 Blütenblätter. Nice. Nice. So, ich hack die Tomaten derweil mal weiter, dass wir hier noch genug haben für Suppen. Und dann muss ich mein Inventar... Boah. Dann muss ich mein Inventar bald ganz schnell mal aufräumen, weil ich hab grad... Inventar, jawohl, geht. Ich hab tatsächlich gar keinen Platz mehr, das ist total... ...wird. Ich bin froh, dass das für die gehackten Tomaten hier noch reicht, der Slot. Ach, gehackte Tomaten, ne. Ähm, gehackte. Nee, das ist ja nur so klein gehackt, weil... Aber so gehackt... Sorry. Ja, nee, alles gut. Mahlzeit. Ach, ich hab noch einen Fisch. Ah, oh Gott. Ich muss mich da auch noch reinpacken, muss Mahlzeit. So, ich pack das erstmal da hin. I'm sorry. Das kann da bleiben. Äh, Schafschere. Milch. Muss ich mit dem tauschen. Ähm, Fisch. Was hast du gesagt? Ich hab nur gesagt, ich muss Milch mit dem Fisch tauschen, das. Okay. Ich hab M-I-L-F verstanden. M-I-L... Was ist denn? Milz. Du weißt nicht, was eine Milz ist. Du hast M-I-L-S. Ja, Milz. Ach, F. Ich hab S verstanden. Milz. Milz vom Pilz. Ich hab... Ja, ich hab... Ja. Das Thema ist schon wieder zweideutig, ja. Ja, das hab ich verstanden. Okay, weird. Skype hat Schuld, weißt du doch. Weird, jawohl. Ähm. Skype hat Schuld, weißt du doch. Äh. Was denn? Oh cool, ich kann mir leider durch Blöcke gucken. Nice. Oh, nein. Man merkt unsere Demotivation, dafür könnt ihr ja nichts, liebe Zuschauer, aber irgendwie... Ich war nicht durch, das ist das Gute. Liebe Zuschauer, ihr könnt ja nichts dafür, für unsere Demotivation hier, aber irgendwie ist die Technik heute echt wieder nicht auf unserer Seite. Nemo, bleib stehen, ich will hier gerne deine Milch abzapfen. So, jetzt. Ich seh wieder alles. Nein. Oh, noch ein Dung. Du siehst wieder alles, das ist gut. So, hier. Ja. Okay, doch, ne? Ich hab nichts gesagt. Also, liebe Zuschauer, ich kann mich nur dafür entschuldigen, aber die Technik ist echt nicht auf unserer Seite und, ja. Oh Gott. So schlimm wieder? Äh. Die verstehe ich ja super, nur. Im Game halt scheiße jetzt. Hallo, Game. Ich geh mal raus. Mach das. Ich hoffe, du kommst auch wieder rein. Nicht, dass das gleiche Spektakel hier wieder ist. So, du hast noch... Server, äh, Zocker, Server verlassen. Server, Zocker verlassen, wollte ich grad sagen, ja. Ach man, ey, das ist zum Mäuse melken. Du würdest besser wie Terraria spielen, was da war. Da läuft's wirklich besser. Na, wobei, bei Terraria warst du auch schon mal, dass das so, äh, na, manchmal mich hier mal rausgeschmissen hat. Ja, aber da leckt der wenigstens nicht, wie, 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 wann's war von, da, die Stimme ich auch nicht für den Arsch. Ja. Oh, ich kann mit Snooze nicht interagieren, ich glaube, ich glaube, der schmeißt mir auch gleich raus, wenn's so weitergeht. Snooze! Ähm, und ich kann nicht für Bacher. Ich guck mal kurz, ob ich mit den anderen Tieren interagieren kann. Ja, kann ich, also Snooze ist grad drin im Schrank verbackt. Ich geh mal an, ne. Mach das. Also läuft's bei dir wieder jetzt, oder? Äh, bevor ich kein oben link, rotes Zeichen, wo, wo anfängt, äh, keine Verbindung, äh. Okay, äh, Snooze backt sich hier bei mir fest beim Futternapf, ich weiß jetzt nicht, wie ich... Ah, na, dieses Problem hatte ich werbe mal gehabt. Ich befreie ihn mal. Ah, okay, er war von dem Dings getriggert. Ah, kann ich jetzt mit dir interagieren? Ja, okay, ich lass das da jetzt frei, ich pack das jetzt hier vorne hin. Hab einen Neonfisch bekommen, okay? Neonfisch? Neonfisch. Ja, Neon. Nicht Leon, oder wo? Nein, mit N. Neon. Ja, mit N. Mit N. Ja, gut. Okay, gut. Äh. Es ist so strange heute. Oh, hi, Snooze. Da bist du ja. Lange nicht mehr gesehen. Äh, nein! Jetzt hab ich den platziert, wollte ich gar nicht. Äh, kann ich dich hier platz... Na, 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 nein. Nein. Ich hab ne... Oh, ich hab Mr. Crypt gefunden. Kann ich noch schnell rausgehen, dass er hier nix abbaut? Ja, okay, kann ich. Gott sei Dank. Ich hab Mr. Crypt geanmelt. Mr. Crypt... Oh, ne Krabbe! Geil! Herzlichen Glückwunsch. Aha. Bist du richtig rum? Ja. Dann kommst du da hin. Dann hat Snooze da keine Probleme mehr. So, dann dürfte sich Snooze da jetzt nicht mehr bei dem Futternapp festbacken. Das Problem ist jetzt das Badezimmer hier als nächstes. Ich hab... Oh, ich hab Nemo gefunden. Nemo? Geil. Ist ja ein Goldfisch, ne? Ja. Ne, Clownfisch. Oder ist ein Clownfisch. Clownfisch. Okay, doch. Ich hab nichts gemacht. Hier ist Erde drin im Bad. Iiiiih. Ich kümmer mich mal ums Badezimmer. Ich hab die Goldfische von Terraria gefunden. Wie wär's damit? Ich kümmer mich mal hier ums... Ich hoffe Snoo geht jetzt nicht ins Badezimmer. Badezimmer ist ne Baustelle. Das war weißer Ziegelweg, glaub ich, gewesen. Ne Baustelle. Bad. Ja, weil da waren Erd... Mahlzeit, da waren Erdblöcke drin. Okay. Hab Algen bekommen, okay. Algen? Geile Algen. Ja, von miri, was? Und wenn sie sich das Video anguckt, dann gibt's Haue. Nein. Die nimmst ja eh mit Humor. Weißer Ziegelblock, weißer Ziegelweg hätt ich gerne. Ja, hier, weißer Ziegelweg. Ich brauch eigentlich nicht so viele. Ich glaub, zehn würden mir schon reichen. Ich hab nen Kampffisch erhalten, okay. Nice. Aber es geht bisher jetzt, ja? Ja. Ich angel so nur, ja, ich steh eh nur an meinem Platz. Na, der Einzige, der läuft, bin ich ja aktuell. Ja. Ich hab noch eventuell Platz, gut. Und für YouTube, ich kann mich wirklich nochmals zutiefst entschuldigen. Da kriegt ihr mal, da kriegt ihr wenigstens mal mit, dass auch die Technik bei einem, ich sag jetzt mal, Creator auch mal nicht auf der Seite ist, oder so. Oder so, genau. So, ich mach mal den Badezimmerboden hier mal fertig. Na, 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 na. Nein, nicht auf dem Klo. Nein, nicht auf dem Klo. Ich hab nen Fröcherhalten. Okay, komm, ich hab wieder nach Hause. Nice. Nicht im Klo, sondern genau dazwischen. Klar. Hier vorne die Reihe. Richtig Klorig. Klobig? Richtig Klo, das Klo ist big, oder was? Tobik von Klorig. So schlecht auch klingt, aber ist irgendwie auch gut. So, Rocky guckt sich hier die Wand an. Wo sind wir auch da hinten? Hangehaufen. Na, wie ist das Schlafzimmer, Rocky? Gefällt dir, ne? Die Uhr funktioniert auch. So, der Badezimmerboden ist jetzt mal einheitlich schön weiß. Die Wand macht mir hier, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorge. Ich würde das nämlich gern so einheitlich in der Farbe haben und nicht hier so gelb-braun gemix am besten. Aber das Problem ist, die Wand ist ja hier mitkombiniert. Und ich glaub, so viel Gelb haben wir auch nicht mehr. Hallo, Zocker. Ich hab dir wieder was gegeben. Na, dann komm ich vorbei kurz. Hi. Äh, geh mal, geh mal nach da, bevor ich jetzt nur da abfängt. Ich nehm ne Fisch, deswegen... Neonfisch, alles klar. Äh, keine Ahnung, was damit doch hier anfangen kann, aber ich geb dir da einfach mal. Oh, mein Inventar ist voll. Nimm mal kurz auf. Nimm mal kurz auf, ich kann nichts aufnehmen gerade. Äh, ich pack mal derweil schnell. Ach, wir haben hier noch weißen Ziegelweg gehabt. Lol, naja, egal. Äh, hier... Dann die Erde, wo packe ich die Erde rein? Oder was darf ich hier reinlegen? Ja, die Fische kannst du im Kochregal reinpacken, ich kümmere mich gleich drum. Oh Gott, jetzt hast du gerade Voice-Lag hier übelst. Jetzt hat deine Voice gerade gesponnen kurz. Drei von fünf. Ach, naja. Eins von fünf, also... Nimm mal mein Ohr jucken, warte mal. Ja.